Ich bin Ministerpräsident und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit zwischen uns beiden, aber natürlich vor allem auch zwischen unseren beiden Staaten, das Oberkheim und Österreich. Wir sind nicht nur Nachbarn, sondern Gratislava und Wien, das sind zwei Hauptstädte, die wirklich nahe beisammen liegen, auch wenn das vielleicht noch nicht immer bei allen im Blick ist. Wir haben darüber gesprochen, wenn meine Großmutter zu mir sagt, wo fährst du denn hin? Und ich sage, ich fahre nach Salzburg, dann sagt sie, schönen Tag und bis am Abend. Wenn ich zu ihr sage, ich fahre nach Bratislava oder in die Slowakei, dann würde sie zu mir sagen, ach wirklich, wie lange bleibst du denn und wann kommst du wieder? Das heißt, wir haben Gott sei Dank einen mittlerweile sehr starken politischen Austausch, wir haben eine gute wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber wir haben hier sicherlich noch Luft nach oben und manchmal ist es gar nicht so stark im Bewusstsein, wie nah unsere beiden Hauptstädte eigentlich einander sind. In diesem Sinne ist dieser Besuch etwas sehr Positives, wir haben auch vereinbart, dass ich möglichst schnell nach Bratislava kommen werde, darf mich an dieser Stelle auch für die Einladung bedanken und was wir anstrengen, ist natürlich eine möglichst enge politische, aber auch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Zunächst zur politischen Zusammenarbeit, wir dürfen mit 1. Juli den Vorsitz in der Europäischen Union übernehmen und die Slowakei wird am 1. Juli den Vorsitz in der Viseberg-Gruppe übernehmen. Es ist also hier von großer Bedeutung, dass wir eng zusammenarbeiten, denn es ist eins unserer zentralen Anliegen, ja auch die Spannungen, die es in der Europäischen Union gibt, wieder abzubauen und gerade in der Flüchtlingsfrage zum Beispiel sind hier ja starke Spannungen zwischen der Viseberg-Gruppe und Deutschland entstanden. Hier wollen wir gemeinsam einen Beitrag leisten, um diese Spannungen auch wieder zu reduzieren. Es gibt natürlich politische Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben über das Thema der Indexierung der Familienbeihilfe gesprochen, wo ich auch über unsere Pläne informieren durfte, aber wir haben auch über das Thema der Atomkraft gesprochen, wo wir einen ganz unterschiedlichen Zugang haben und wo wir natürlich als Österreich eine große Sorge haben, insbesondere wenn es hier Ausbaupläne von Atomkraftwerken gibt. Wichtig ist uns auch eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich bin froh, dass Österreich der zweitgrößte Investor in der Slowakei ist mit rund 2.000 österreichischen Niederlassungen. Das ist etwas, wovon wir beide profitieren und eine Zusammenarbeit, die wir auch noch weiter stärken wollen. Ich danke auch für die Information über die innenpolitische Situation in der Slowakei. Ich halte es für gut, dass hier die Aufklärung des Mords an dem Journalisten Kutziak hier nicht nur getrieben wird, sondern auch in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden vorangetrieben wird. Zusammengefasst noch einmal danke für den Besuch. Alles Gute für die Tätigkeit als Ministerpräsident. Und ich freue mich, wenn wir die Kooperation zwischen der Slowakei und Österreich weiter stärken und intensivieren können. Danke sehr. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Sebastian, und jetzt werde ich schon ausprobatisch weiterreden. Ja, das war ja nicht so. Ich glaube, das war ja auch nicht so. Ich bin froh, dass die Kanzlerin der Wohle-Premiener und wichtig ist, dass es sich in der Wohle-Perein zu geben, denn je in der Unternehmen, das mit dem Wohle-Premiener ist schon verschiedenste. Ich bin, um ein mehr als die Revolution von Wohle-Präumen und das vor allem in der Wohle-Präumen ist eine sehr wichtigste und besten点 Es ist ein blieb Vertrag, wir empatisch sind und der Wohle-Präumen ist ein권er und das die Ehrein von Europäumen sind und das Vielen Dank. 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 Vielen Dank, Herr Minister. Herr Minister, bitte. Danke schön. Vielen Dank. Wir haben eine Frage an die beiden Herren. Vielen Dank. 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 Danke, Herr Minister. Herr Minister, Herr Kanzler. Danke. 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 Danke.